Es schreit nicht jeder gleich Lügenpresse, aber es ist schon erschreckend, wie viele vernünftige Menschen tatsächlich glauben, dass wir hier regelmäßig Grundlinien unserer Berichterstattung mit den Mächtigen in Berlin absprechen. Wir haben keine Ahnung, woher sowas kommt und mit dieser Bemerkung handle ich mir wahrscheinlich schon wieder viel Post ein. Aber ich denke, wenn die Berichterstattung von jemandem im Journal bestimmt würde, dann hätte der oder die ja irgendwann mal zum Beispiel mit mir sprechen müssen. Das ist nie passiert. Nie. Okay, wir schätzen nicht immer alles richtig ein, wir machen auch mal Fehler, aber wir recherchieren, prüfen, wägen ab und berichten, wie wir es in unserer Redaktion für richtig halten.